Da! Bei uns gibt es noch ein Breaker Blade. Wow. Okay, die ist scheiße. Aber die anderen Sachen sind geil. Lass sie gleich mal nochmal töten. Schaffen wir das ja, oder? Ja. Jetzt aber noch nicht. Ja, lass es, wenn wir noch zehnmal sterben. Können wir in fünf Minuten hingehen. Oh, irgendwie, die spawnt Wall of Flash. Oh mein Gott, die ist droppt. Ich bin tot. Die droppt Wall of Flash Mask, die wir hier haben. Die sieht geil aus. Der hat fünf Leben überlebt. Was war jetzt eigentlich ein Unicorn geworden? Das hab ich schon wieder vergessen auch. Ich auch. Oh ne, falsche Knöppchen. Oh. Na Spaß. Oh Junge, bist du eigentlich dumm? Ja. Warum machst du das? Warum? Spaß. Spaß. Spaß an der Freude. Ja, wisst. No fun. Das ist mein Motto. Ohne Spaß keinen Fun. Meinst du wohl? Ja, stimmt. Kann ich in mein Häuschen rein? Naja. Ja. Das ist der Prost. Nein! Vitamine! Nein! Wirklich. Die zwei letzten, die ich getötet hab, haben beide Vitamine gedroppt. Beide. Tod. Ne. Das kann nicht sein. Jetzt haben wir fünf Vitamine, ne? Mhm. Verdammt. Cool. Cool. Was machen die überhaupt? Immunity to weakness. Egal. Jetzt können wir aus den besten Vitamine auswählen. Cool, oder? Ne. Mein neuer Style. Hat mir kein Glück überhaupt. Ich zieh wieder meinen ganz alten Style an. Mit dem Red Hat. rotiert. Wah**. Ich hätte gerne einen Tenner. Ne. Vorderflash hat nur 8000 Leben, das ist voll wenig. Eigentlich schon. Was ist überhaupt nur 50 Damage? Guck mal ein jungeridences hat. Ist genauso starker. Alles ist stärker, ich hoffe sogar Bats sind stärker. Ja, machen mehr Damage. Ja. Meine ich ja. Insta der Schmuck. Oh. Soul of Light! Ich feier jetzt alles was ich kriege, außer Münzen. Soul of Light! Das ergibt Sinn. Amura! Fungus! Fungus! Guck mal hier rein, Bruder, ich hab keinen Bock jetzt rauszulaufen, den Dorf von dir zu holen. Guck mal, Reif! Schon wieder so einer! Alter, nee. Rot. Junge! Nicht mehr feierlich. Ich geh auf Left-Hütten. Echt? Nein. Ich komm noch ein paar Mal. Ich hätt gerne ne Nurse hier oben bei uns in der Hood. Null Gold Coins, weil ich die ganze Zeit sterbe. Ich hab 30. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. Warum? Nein. Warum nicht? Warum, weil wir ihn nicht brauchen? Weil ich scheiße. Increases Tile Reach. Nein! Extendo Grip. Das ist auch scheiße. Die kann man doch alle irgendwie verbinden bestimmt, oder nicht? Glaube ich nicht. Klar. Vor allem, was bringt mir was zu verbinden, was ich sowieso nicht brauche? Also Lasse ist. Doch klar, so drei Sachen. Dann so verbinden und dann so zaubern. Red Cape. Vanity Item. 5 Gold. Das hat bestimmt Zweck. Ich hau dich, Junge. Dann kauf ich 10 unnötige Sachen. Hey, wieso? Ich mach alle unsere Münzen weg. Ich mach alle unsere Münzen weg, wenn du das brauchst. Wieso? Das kostet nur 5 Gold. Ich will das nicht brauchen, Tile. Alles hat Zweck. Entschuldigen. Ey, wo hab ich jetzt das her? Ich mach mal Kack-Refault. Naja. Nicht zu viel. Doch doch. Was soll ich mit... Wie geht das nochmal? Bei wem mach ich das nochmal? Bei welchem Mongo? Mitm Homie oben. Der hat den geilen Namen. Damaged Kackes Wort. 12 Gold. Oha nein, das mach ich nicht. Obwohl, soll ich? Ich hab jetzt einmal für 16 Gold. 16 Gold? Mhm. Einmal hab ich. Sonst keine Probleme, ne? Was hast du bekommen hab? Minus 7 Speed. Und das mach ich jetzt auch. Für 12. Und? Was hatte ich vorher? Annoying. Nein, nein, nein. Das war das andere. Damage. Was hat das gemacht? Minus wie viel Damage? 15. Wow. Cool. Hä? Das hat ja gar nichts gemacht. Ich hab nichts anderes. Schon immer auf Minus 15. Das ist jetzt aber Dull-Beams-Wort. Geil. Hast du alle Coins gedrückt? Junge, du hast Platinum Coins. Ach ne, ich hab gar nicht gedrückt. Ups. Hey, warum heißt das denn Dull? Das kann nicht sein. Hast du gesagt? Ja, ich hab beide Platinum Coins mitgenommen. Was soll ich denn sonst machen? Nein, den Platinum Coil nehmen. Nee. Und dem Boss den anderen geben. Dem Boss? Der ist schon gar kein. Geht mal. Was? Coins? Mhm. Einmal muss ich noch machen. Ich hab nur Plus 15 Knockback. Wie einmal? Was hast du jetzt einmal gemacht? Einmal hab ich jetzt Dings gemacht. Was? Mein Schwert. Nochmal. Also jetzt zweimal insgesamt. Mhm. Hast du jetzt 30 Dinger ausgegeben? Dann willst du auch nochmal. Nein, Spaß. Ich hab jetzt nur einmal. Halt's Maul. Nein, ich hab... Ich kann jetzt noch ein zweit. Junge, ich hab ein Platinum, 76 Gold und 62. Das, was du mir grad gegeben hast. Ja, okay. Aber nochmal im Reforging kostet 22 Gold. Oha. Aber was sollen wir sonst mit dem Gold machen, denk ich mir? Okay. Ja, aber ich hab Angst. Oder ich beforge mein Unpleasant Marrow nochmal. Oha. Ein Beam-Sword gibt vier Gold-Coins. Okay, ich werfe aber jetzt keine Waffen mehr weg. Ich verkaufe mal die ganzen Waffen in unserer Kiste, ja. Die brauchen wir echt nie mehr. Das ist doch cool, die alle zu haben. Nein, ist es nicht. Ich weiß. Ich verkaufe alle, außer die die cool sind. Was ist das denn hier? Ich will mal testen. Sind ja alle cool. Nein, die nicht. Die meisten sind richtig ranzicke. Besonders dieser komische Sun-Fury. Die sind nämlich richtig kacke. Edwin, darf stehen. Ich muss aufpassen, dass die Zweifel verkaufen. So, Sun-Fury, Sun-Fury. Magic Missile. Komm, noch runtergehen. Warte. Warte. Warte, wo ist Voodoo doll? Ja, ganz viele. Was hast du die Müll geworfen? Geil, Voodoo doll oder Clothio Voodoo doll? Nimm einfach Geil. Ich hab kein Bock jetzt, irgendwie was zu was das geht. Der Junge, der übel nice ist. Dieses Ding. Guck mal. Du hast es nie benutzt, ne? Zeig mal. Man kann das selber steuern. Wie selber steuern? Ich kann das... Ich mach halt alles, was das macht, steuer ich. Zeig, gib mal kurz. Nö. Ich schwöre, ich geb dir das zurück. Junge, wie lange kann ich das denn machen? Gib mal bitte. Bis ich was treffe. Bitte, zeig mal. Nein! Ich schwöre auf alles, ich geb dir das zurück. Echt? Ja. Wehe nicht, Junge, ich hau dich. Mhm. Tschööö. So. Hey, wie denn? Du musst gedrückt halten, du musst gedrückt halten. Oha! Gib. Guck mal. Guck mal. Ich lasse einfach so, ne so. Es gibt. Aber das macht nur 34 damage. Egal, das war lustig. Verkauf. Nein! Ah, ich weiß, was ich kaufen muss. Was? Was? Pfeile. Ah, hier, bei dem? Mhm. Nein. Nein, nein, nein. Kaufst du diese ganz normalen Wunden-Arrows? Ja, klar. Wie kann man Maximum kaufen? Gibt's, wo gibt's denn bessere? Oha, hier gibt's Hellfire-Arrows. Zehn damage. Ich weiß, die hab' nicht. Die hab' nicht damage. Aber eins kostet einen Silber. Ne, dann hab' ich hab' jetzt, ich hab' jetzt auch Wunden-Arrows. Scheiß auf die Kacke. Kauf uns noch ein paar Wunden-Arrows. Hast du Guide-Woodle-Doll? Hast du? Ja. Nee. Ich hoffe, man kann die überhaupt nochmal bekämpfen, weil das wär' sonst Insta-Scheiße. Egal, lass uns einfach in eine andere Welt kurz gehen. Weil ich will auch dieses Emblem haben. Ja, okay.